Ich habe gesagt, ich arbeite als Erzieher und also arbeiten. Also zumindest für Kinder arbeiten wir nicht. Für Kinder sind wir einfach da und auch jemand, der einfach gerne puzzelt oder so. Für Kinder arbeiten wir nicht. Kinder sehen das so ein bisschen anders. Kleines Beispiel, ich fahre mal mit einem Auto zur Kita, in der U-Bel, egal. Auf jeden Fall fahre ich mit dem Auto, dieses Auto war jetzt kaputt, muss ich mit dem Bus fahren. Und die Bushaltestelle ist direkt am Kindergarten. Das heißt, die Kinder sehen das, weder ein- oder aussteigen. Ich steige aus diesem Bus aus, komme direkt ein Kind auf mich zu und frage, oh, wo ist denn dein Auto? Ey, ich sage, das ist kaputt, das fährt nicht. Er sagt, oh, dann musst du ein neues kaufen. Ey, ich sage, dafür habe ich kein Geld, das ist zu teuer. Er sagt, dann musst du mal arbeiten gehen, nicht in Sachen Kindergarten.